Teach me an Shuffle Ich muss nur die Koordinaten aufschreiben von dem Kabel, wie ich das verlegen muss. Von dem Kabel? Du brauchst die Koordinaten von dem Kabel? Was bist du denn für eine? Voll komisch, boah. Voll schwer zu verstehen. Ich muss mal, äh, ich mach das jetzt auch grad blöd hier. So, so. Jetzt muss ich hier oben noch wegmachen. So, jetzt kann ich das alles hier versetzen. Dankeschön. Obwohl, es sieht auf jeden Fall besser aus. So. Das ist doch nicht schlecht. Also haben wir hier so einen Zweiergang durch. Ja, das geht. Das kann man eigentlich nehmen. Da muss ich mir bloß überlegen, was ich dann als Verzierung an der Seite mache, weil das hier ist ein bisschen doof, sonst fällt man ja noch runter. 411 ist hier. Ist eigentlich voll scheiße. 47,6. Ah, hier muss ich runter, gut. Das ist ja voll dämlich kacke. Upsala, lass mal ein bisschen schnell. Äh, ich müsste ja eigentlich... So. Eigentlich müsste ich das Ganze nochmal zwebreiter machen. Wie jetzt? Ja, ich müsste den Gang eigentlich nochmal, weil hier fällt man so runter. Das ist doof. Du da hinten, du siehst das gar nicht. Was machst du da eigentlich? Ich verlege die Kabel. Ach so. Ist das Kabel oder Rohre? Das sind Kabel. Du verlegst die jetzt schon, ach man. Wieso denn? Na, ich weiß nicht, ob wir da einen extra Kabelraum oder so machen wollen, sonst hängen die ja später mal mitten in der Luft rum. Ne, ne, ich werde die schon noch verdecken. Also das, dieser... Ich werde das schon noch irgendwie im Endeffekt auch noch in die Wand reinlegen. Wir müssen echt mal irgendwie so ein bisschen mehr vorbereiten, damit wir dann auch das Technische machen können. Ja, ja, nee, ich... Ähm... Dann hol dir dann Saft. Ich hol dir den Saft. Nein, ähm... Vorher will ich das noch ein bisschen größer machen. Ach, das ist aber auch irgendwie... Was? Was ist irgendwie... Was willst du, hä? Ne, ne, der Maschinenraum ist jetzt nur zwei Blöcke breit. Ja, das ist der Eingang. Du... Ach, und dann sonst rechts und links große Räume rein. Ja, so, dass es hier nicht in unseren Raum kommt, logischerweise. Ja, das ist klar. Nach vorne in den Gang soll es natürlich nicht, aber... Mann, ich bin doch noch am bauen hier. Hetzt mich doch mal nicht so... Ne, ich würde... Du sollst ja auch nicht bauen, du sollst mir nur sagen, was du dir vorstellst. Hetzt mich nicht so... Ich werde dich ja wahnsinnig. Na, Tom macht das grad ganz gechillt hier. Das ist ein ganz chilliger Typ. Das musst du wissen. Ja, klar. One of the most chilliest people in the world. Genau. So. Äh... Das, das... Ne, das war irgendwie falsch. Das ist hässlich. Was ist das denn jetzt hier? Ne, die Türen... Ah, die müssen noch eins weg. Ach, Mann. Ne, die Türen gehen die rein oder... Alter, bleib hier. Gehen die Türen rein oder raus? Ja, da warst du weg. Und... Was nervt? Ich hör die ganze Zeit diese Schafe. Du hast die schon ausgemacht, wa? Ich hab die Sounds ausgemacht. Ne, man hört doch nichts hier. Die ganze Zeit müsste hier so ein Türenklacken kommen. Ja, ich hör's aber und du hörst halt nicht. Ja, deswegen kann ich ja Krach machen, wie ich will. Ja, toll. Und ich hab jetzt endlich die Schafe endlich ausgemacht. Jetzt hör ich nur noch dich und... Oh mein Gott. Ja, also für die Zuschauer ist vielleicht, denke ich mal, auch nicht ganz so nervig, wenn ich jetzt hier die Sounds ausmache, weil das nervt ja dann schon so ein bisschen, wenn die ganze Zeit nur mäh und müh kommt. Und wir ja eigentlich die ganze Zeit im Keller nur irgendwas abbauen. Tom, jetzt gib mal ein ganz kurzes... Ah, so, du machst schon. Gut. Ich sag nicht. Mach einfach mal. Oder gib mir mal ein kurzes Statement, was ich hier machen kann, damit ich nachher die Maschinen da reinstellen kann. Warte, warte, warte. Ich will dich nicht stressen, Tom, ganz ruhig. Stress mich nicht. Wo denn? Was denn? Ja, jetzt nach hinten. Du kannst theoretisch schon hier nach hinten machen. Hier kannst du schon nach hinten bauen. Ähm, und dann kommt hier einfach ein Raum ran, wa? Du kannst einen Raum ran machen oder nicht. Auf jeden Fall bis vorne zur Tür. So. Da. Aber diese Wand soll bleiben. Genau. Hier bis hierhin kannst du bauen. So. Hier, jetzt kannst du hier ausspachteln. Bis dahinter. Und was, das ist cool, weißt du, und was auch cool wäre, wenn wir dann so weit wie die Räume hier reingehen, guck mal, also bis hier hinten oder halt nicht ganz so weit, nach, in diese Richtung, wo ich gerade gucke, diesen riesengroßen Raum haben, oder? So willst du es doch mal, also den Zaun noch bis hier vorstellen. Hm. Du könntest den theoretisch auch hier hinten enden lassen. Theoretisch. Ja, also ich will, so tief will ich ihn jetzt doch nicht mehr machen. Warte, nee, nee, mach mal. Hier kommt noch Zaun hin. Bis dahinten hin und dann soll der so riesen Raum hier, wo ich jetzt stehe, alles weg und in die Richtung auch alles weg, wa? Ja, in die Richtung alles weg, nach unten, alles weg, also bis da unten logischerweise, dann nach oben. Und auf der anderen Seite genauso weit. Cool. Also aber nur bis hier. Du musst sagen, wie weit du deinen Raum haben möchtest. Das reicht, das reicht auf jeden Fall. Was wir jetzt hier haben, das sind jetzt zwei, vier, sechs, sieben. Na mach mal noch ein bisschen mehr, mach mal noch ein bisschen mehr, der Raum hier ist doch groß, der wird doch riesig. Das ist doch sehr an der See. So. Gut. Wir sind aber nur, wir sind jetzt langsam unter deinem Haus wieder. Ja, ja. Ähm, dann mach ich aber erstmal das fertig. So. Oh ne, das ist ja Cobblestone. Warum ist denn hier Cobblestone? Was haben wir hier denn ausgefüllt? Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir hier einfach irgendwas rausgeholt haben. Ähm. Ich bin ein Idiot mit einer Spitzhocke. Ich mach hier noch ein bisschen. Oh. Oh? Oh, Wasser? Oh. Ne. Doch. Dürft noch nicht Wasser sein. Ne, ist kein Wasser. Aber. Kurz vor deinem Haus noch. Oh, komisches Wasser. Was ist da los? Oh, das ist eine Spinne. Ach ne, das ist, oh ne, das ist mein Strand. Der darf nicht. Apropos Spinne. Hi Leon, Tom. Habt ihr irgendwelche, äh, vor irgendwelchen Tieren wie Spinnen oder Schlangen Angst? Würde mich sehr fragen über eine Antwort. Spinnen? Äh, ich hab, äh, Quatsch. Ich hab. Ne, nicht an den Steinen, das ist blöd. Daran bitte. Oder daran. Oder daran. Ist doch wurscht, ist doch innerprovisorisch. Äh, ich hab, ich weiß nicht, also, äh, man trifft bei uns nicht so viele exotische Tiere an hier im Osten, aber, äh, ich mag keine Schlangen. Ich mag echt keine Schlangen. Auch nicht so Ringelnattern oder sowas? Ne, ich mag die gar nicht. Ne, wenn's kleine Süße sind, wo ich weiß, okay, gut, die machen eh nichts, da hab ich auch kein Problem, aber, ich war ja mal in Amerika und da gab's die zum Teil auch und das war dann nicht so cool. Boah. Also, wenn, da hat man dann auch mal so eine riesen, äh, Python. Ne, das war keine Python, das war irgendwas anderes. Ich kenn mich damit nicht aus, aber... Wir haben ja eine richtige Plage da, gerade im Südosten, soweit ich das weiß. Deswegen, ja, da war ich dann auch und die, die komischen, ja, Einheimischen, ja, das ist eine Schlange hier, gucken Sie mal, fassen Sie mal an. Da hab ich so, ey, Alter, hast du irgendwie eine Meise? Ich fass da doch nicht an. Ach ne, ich hab da noch Zaun. Und, äh, ja, deswegen, also so kleine Babyschlangen, find ich jetzt auch nicht so schlimm. Und Spinnen hab ich eigentlich auch kein Problem damit. Ja, wir haben, wir haben ja hier nichts, nichts Giftiges oder so. Ich glaube, wenn wir irgendwie so in ihren Austrein oder so leben würden, wär das was anderes. Aber eher doch nicht so. Ja, du musst jetzt sagen, hier ist jetzt der Raum. Wir können den, wenn du den hier jetzt fertig machst, hm, können wir machen... Ich find sogar die Größe ganz angenehm. Dann müsste man das auf der anderen Seite jetzt genauso machen. Damit das auch gut aussieht. Ja, also, du? Schlangen? Ich bin grad nicht da. Ich Schlangen. Ach so, nee. Ach, ich find, ich find grade unsere Schlangen ist ja total cool. Ich hab auch schon mal ne Schlange, als ich noch zwölf, elf war oder so, im Zirkus so ne Schlange auf den Schultern gehabt. Auf den Schultern? Ja, so ne riesengroße, die mir, so ne Würgeschlange halt, die mich umbringen hätten können. Ach so? Ach, das ist ja, das ist ja beruhigend. Ja, das ist ja beruhigend eigentlich. Ne, äh, und ich hab da eigentlich, ich vertraue, eigentlich vertraue ich Menschen extrem schnell. Ich weiß nicht warum. Menschen? Ich bin einfach zu gutgläubig, glaub ich. Menschen? Äh, also prinzipiell, und da hab ich auch, versteh ich zum Beispiel, wenn ich fremde, das ist mir neulich irgendwie mal so durch den Kaffee gegangen. Du weißt schon, ne? Ja, ich vertraue aber zum Beispiel diesem Zirkus-Typen sehr schnell, dass er mit seinen Schlangen, dass die Schlangen mir dann nichts tun und so. Ja, ja gut, der wird's ja wissen. Ja, eigentlich schon, ja, aber trotzdem hat man ja immer noch den Gedanken, scheiße, was ist, wenn sie jetzt doch mal ausflippt, die Spinne? Äh, die Schlange. Ja gut, wer war denn das hier, ähm? Ähm, Crocodile-Hunter. Kann sein. Ja, klar. James Durven? Nee, Quatsch. Ich mein, Tiere haben ja auch mal schlechte Tage, das kommt ja auch vor. Hast du noch Holz übrig? Und, äh, das ist immer schlecht einzuschätzen, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich vertraue da Menschen irgendwie extrem schnell und ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, ich bin einfach zu gutgläubig, glaub ich. Gib mir mal ein bisschen Holz, damit ich hier unten alles auslegen kann. Wie, da unten. Achso. Also willst du das auch aus Holz machen? Hm, ich denk schon. Ich hätte ja gesagt, die Drogenküche hätte man aus anderem Material machen können. Aus... Die Drogenküche. Also was willst du da hinlegen? Pfff, vielleicht auch so ein, äh, weißes Zeug hier? Das oder, oder wollen wir Platten nehmen, so Fliesen hier, wie da an der Wand? Na, ich mein ja, das ist jetzt hier im Flur. Ja, ja, wollen wir da, wollen wir das, was wir an der Wand haben, die Fliesen nehmen oder die Steine? Ne, ich würd sagen die Steine. Gut, dann nehmen wir die Steine. Das ist ja beides Marmor, aber wir nehmen die Steine. Ich würd's nicht alles aus Holz machen wollen, das sieht nur noch so ein bisschen doof aus. Gut, ne, dann nehmen wir aber die Steine. So, also hier oben kann noch Erde weg, weg, weg. Oh, das kann noch alles weg hier. Oh, das... Aber ich glaub mal, äh, ich hab's glaub ich schon mal erwähnt, wenn wir dann hier diesen großen Raum machen, dann machen wir wahrscheinlich mal eine Übelschlange, äh, wie heißt das? Timelapse. Timelapse-Folge, genau. Aber ich hab... Meine Idee fand ich auch nicht schlecht. Dass wir einfach den Turtle da hinstellen und sagen, okay, du gräbst das jetzt hier einfach ab und dann spielen wir so lange mal zwei, drei Folgen weiter und nebenbei gräbt halt der Turtle die ganze Zeit alles weg. Oder so, müssen wir gucken, ne? Und da brauchen wir auch dann keinen Timelapse machen. Aber den Turtle kannst du programmieren. Jaja. Okay. Den programmiere ich einfach, dass er das machen soll, beziehungsweise gibt's auch vorgefertigte, aber da gräbt er halt nur 10x10 Meter jetzt haargenau ab. Ähm, und das, äh, da muss man dann immer genau hinstellen und so, ne, da programmiere ich das lieber gleich selber und sage, du musst jetzt so und so weit laufen und so und so weit laufen und das und das abgraben. Und dann ist... Okay. Das geht einfach ein bisschen leichter. Na gut, okay, also ich hab das jetzt hier eigentlich so weit fertig. Das mach ich mal noch weg. Ja, dann kommt natürlich das hinterher und das auch und ich weiß... Was wollte ich denn jetzt holen? Mano, ja, das muss ich da oben dann raus. Ach, Mam. Muss ich denn hier nochmal Erde hinmachen. Erde. Sehr gut, ey cool, dann wird mal diese Kiste wieder ein bisschen leerer. So. Äh, wir können auch die... Ah, da ist ne... Ah ne, greift mich nicht an. Ähm, die vollen Kisten mit den ganzen Krams. Die dürfen wir lieber nicht wegsch... Ups, die Krams dürfen wir nicht wegschmeißen, weil, wie gesagt, können wir nachher den EMC-Wert von den Dingern einfach nutzen und in die Klonkiste reinpacken, in die Clowny-Kiste. Mhm. Okay, okay. Also, ich muss jetzt nochmal gucken. Äh, ab dem Stein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, dann geht's nochmal. Es werden sich einige... Nein, gar bleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, bis hierhin. Alles klar, so, weiter reden. Äh, ich glaube auch, es werden sich einige darüber freuen, dass wir endlich mal anfangen, produktiv zu arbeiten. Also, sehr produktiv zu arbeiten. Haben wir eigentlich schon eine Kommentarfrage? Jaja, in der Folge war Kommentarfrage Spinnen. Ich bin so verwirrt. Ja, der Tom ist so verwirrt. Der, weil er so viel arbeitet und so viel konzentrieren muss. Ja, ich muss hier ganz, äh, ganz viel Stein abbauen. Das ist so viel. Das fordert so viel Konzentration. Unglaublich. Haben wir noch rohe Marmor? Scheiße, kann ich nicht zurückverwandeln. Scheiße sagt man nicht. Ja, Entschuldigung. Ja. Oder was auch immer. Nee, Mist sagt man auch nicht. Echt? Mist sagt man nicht. Entschuldig, dass man Mist sagt. Du kannst alles sagen, aber... Was sagt man denn anstandsmäßig? Verdammt. Oh weh. Nee, verdammt sagt man erst recht nicht. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Das sagst du zu einem Kindergartenkind, wenn irgendwie... Oh wei, oh wei, oh wei. Ja. Oh weh, ist auch nicht schlecht. Ich würde oh weh sagen. Genau, das kommt so hin. Das sieht gut aus. So. Ist das schon noch... Nee, falsch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, das ist... Nee, nee, nee. Du hast eben zu viel gebaut. Dann mach's weg. Eine Reihe. Weil das muss ja dann abschließen. Nach hinten hin, oder wie? Kommt dann genau. Achso, du hast dann nur aufgemacht, damit dann dieser Marmor rein kann. Genau. Den ich jetzt gerade hole. So, nee, hier kommt dann einfach eine Standwand hin, eine Steinwand. So, und dann ist jetzt hier das so eingearbeitet. Das sieht doch okay aus. Nee, Tom. Nicht eine Steinwand. Achso, willst du das machen? Ja. Na, dann... Hier ist so alles frei und das sieht dann ein bisschen doof aus, wenn da so die Platten dann so einen komischen Übergang haben. Und weißt du, was ich auch cool finde, ist, dass hier oben diese Reihe frei bleibt. Also, die bleibt doch frei, oder? Hier oben, die dritte Etage hier. Die dritte? Die bleibt doch frei. Ich find das cool irgendwie, wenn das so ein bisschen offener ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab jetzt überlegt, ob man hier vielleicht noch einen Zaun dazwischen macht, oder die Steinwand lässt. Ja gut, das... Aber, dass so Licht drauf ist, das sieht echt cool. Also, Designermäßig ist das. Schon hohes Niveau. Hohes Niveau. So, also, äh... Ja, hier ist noch ewig abkloppen. Kloppen. Ja, mach ich. Soll ich machen? Ganz schön machen, du. Ganz schön machen. Dann kannst du ja... Weiß nicht, du wolltest irgendwie die Treppe noch verbreitern? Nö, ich kann ja... Wir können ja beide machen. Stell dir das vor. Oh mein Gott, wir können eine Symbiose bilden und zusammen stärker sein als eins. Ne, schneller. Ja, na gut. Ach, das ist jetzt... Äh, Mining Drill, ja, wollen immer alle haben, aber, äh... Machen wir erstmal... ...befunden haben. Ganz viele. Beziehungsweise selber hergestellt haben. Ja. Mining Drill können wir ja natürlich auch aus Eisen herstellen. Nur Eisen, Mining Drill. Aber das will ich nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Oh, diese schöne Klaviermusik dazu noch werden, du Juni. So, also hier... Ach so, ich hab... Ach, ich hab ja schon Holz reingebaut. Ist doch falsch. Ist doch falsch. Ist doch verrüllt. Ist doch dumm. Tchu, 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 tchu. Warte, warte. Hey, nicht so schnell. Ich bin schneller als die... Nee, 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 bist du nicht. ...Schuffel-Kompanie erlaubt. Bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht. Ey, du stehst ja auch im Weg. Ja, siehste. Ha. Huch, hier ist was. Das ist, glaub ich, der Raum. Ey, cool, da kann ich gleich runter, aber... Ne, Mama brauch ich ja nicht mehr. Egal. Nö, wieso brauchst du denn nicht mehr? Ne, wir können dann nachher wieder hin. Wir wissen auf jeden Fall, wo er war. So. Hacke, wir müssen uns entscheiden, bevor dich so sicher oder komm. Okay, also mir gefällt das hier oben noch nicht irgendwie... Pfff. Das sieht noch ein bisschen komisch aus. Drei. Also ich muss mir noch was überlegen. Zwei. Zwei. Das sieht schon mal einen Ticken besser aus, aber... Pfff. Ah, ich find's so cool. Ohne Witz jetzt ist es cool. Ich find's echt richtig gut. Das sieht irgendwie auch so aus wie so ein komisches Badezimmer. Mit den weißen Fliesen. Na gut, okay, mit den Steinen an der Wand natürlich nicht, aber... Hm, das ist... Ich find's echt gut. Hat irgendwas. Ja, ich find's echt gut. Hat irgendwas. Irgendwas. Man weiß es nicht, aber es hat irgendwas. So, und jetzt kann ich mal die Maschinen bauen, um die mal da hinzustellen. Also, jetzt noch Maschinen bauen, aber nee, ich würd sagen, wir sind schon... So lange im Gespräch, Leo. Das gibt's ja auch nicht. Müsst du in die nächste Folge nehmen, oder? Müsst du in die nächste Folge nehmen, genau. Okay. Warte, ich komm hoch. Oh, es ist Nacht. Dann würd ich sagen, wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Und vergiss nicht hier so die Besetzung abzugeben und so. Daumen hoch, würde man uns freuen. Und dann sag ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit nicht mal so vielen Sprachtförungen. Genau, tschüss. Also, ich spreche ganz ordentlich und sauber. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie geht's! shove,